Nizela kam aus Deutschland, war zuvor in Marokko auf dem Hippie Trail und dann in Afghanistan. Schön hier, der blaue Himmel, die Sonne, die Berge. Finde ich unwahrscheinlich schön. Ist es besser als in Marokko? Auf jeden Fall. Also ich finde es schon bedeutend besser. Ich fühle mich auch nicht so belästigt wie in Marokko. Belästigt? Ja, ich meine es ist schon, ich glaube für Europäer ist es schon ein bisschen schwierig mit Moamedane zusammenzuleben. Aber das sind doch hier auch Moamedane. Ja, das sind auch, aber die sind alle unwahrscheinlich stoned.